Hallo, ich heiße Jessica und bin die neue Moderatorin. Möchtest auch du so eine attraktive Assistentin auf deiner Webseite, deiner Landingpage oder deinem Blog? Oder sogar auf Seiten, die nicht mal dir selbst gehören? Was sagst du dazu, wenn ich, oder eine meiner hübschen und gut aussehenden Kolleginnen oder Kollegen die Moderation auf einer Seite übernehmen würden, die du als Affiliate bewirbst? Das ist jedoch noch längst nicht alles, mehr dazu im Bonusteil mit den deutschen Anleitungen. Wie wäre es mit einem Mitarbeiter, der rund um die Uhr für dich arbeitet, niemals krank wird, keinen Urlaub braucht und keinen einzigen Centlohn fordert? Ist doch einfach nur mega hammergeil. Und genau das kannst du jetzt super easy einfach auch für dich einsetzen. Erfahre in den deutschen Anleitungsvideos von Tony, wie einfach du so einen virtuellen Assistenten im Handumdrehen selbst erstellen kannst. Du benötigst weder irgendwelche Vorkenntnisse noch brauchst du selber sprechen, und wie schon gesagt, nicht einmal eine eigene Webseite ist nötig. Gib einfach einen kurzen Text ein und der wird vollautomatisch in die gesprochene Sprache umgewandelt. Es ist tatsächlich so einfach wie eine Mail schreiben. Ich garantiere dir, dass sich dir Möglichkeiten eröffnen, von denen du bisher nicht mal zu träumen wagtest. Du musst keine teure Software downloaden oder irgendwelchen komplizierten Dinge einrichten. Nichts von alledem, sondern du loggst dich ganz einfach nur ein und legst sofort los. Klicke jetzt auf diesen Button hier im Video oder auf den Link in der Videobeschreibung und hole dir den Zugang noch schnell, bevor der Preis weiter ansteigt, respektive es nur noch als monatliches Abo zu haben ist. Ja, du bekommst hier noch den Lifetime-Zugang mit einer Einmalzahlung von weniger als 40 Dollar, und momentan gibt es sogar einen Gutschein in Höhe von 5 Dollar geschenkt, wenn du über diesen Link bestellst. Du eile dich, der Preis ist heiß und kann jederzeit steigen. Vielen Dank und bis gleich auf der anderen Seite.